Hallo zu einem neuen Video von E-Meise. Ja, mal wieder dieses Setting hier vor meinem Arbeitsplatz, vor meinem Schnittplatz. Was gibt es Neues? Warum hört man so überhaupt nichts jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist, dass ich mir einen Tesla bestellt habe und so weiter und E-Meise jetzt bestimmt komplett anders werden wird und überhaupt. Ja, vielleicht hört ihr es noch an meiner Stimme. Mich hat es etwas erwischt gehabt, die tödliche Männergrippe. Es ist ein großes, großes Wunder, dass ich überhaupt noch unter den Lebenden bin und deswegen war es etwas still geworden. Jetzt die vergangene Woche, das Wochenende, wo ich eigentlich ein bisschen Zeit gehabt hätte zu drehen, ist komplett ins Wasser gefallen. Was gibt es Neues? Thema Nummer 1. Eigentlich wäre es etwas, was euch Marisa erzählen sollte, aber ich glaube, ich fasse es einfach kurz zusammen. Es gibt etwas Neues zur Renault Zoe und zwar gibt es ein wichtiges Update, das alle Zoe-Fahrer unbedingt machen sollten. Normalerweise sollte euch eure Zoe das auch im Display anzeigen, dass also da was runterzuladen ist. Und es ist wohl etwas ganz Wichtiges für das Navigationssystem, irgendwas mit dem GPS und ihr solltet das möglichst bald machen, weil anscheinend sonst irgendwie im April oder so irgendwelche Sachen ablaufen. Es gibt ein paar wichtige Dinge. Ihr solltet, wenn ihr das macht, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, die Anweisungen auf der Renault Seite, wo man das Update runterladen kann. Das sollte die also wirklich relativ genau beachten. Marisa ist da fast verzweifelt und zwar war der einzige kleine Fehler, den sie gemacht hat. Sie hat einen zu kleinen USB-Stick verwendet. Auf der Renault Seite steht, der USB-Stick sollte zwischen 8 und 32 GB groß sein. Und das scheint auch wichtig zu sein. Man weiß ja, dass manche Lesegeräte nicht sehr große Sticks lesen können, aber offensichtlich darf es auch nicht unter 8 GB sein. Keine Angst, das Update, das Paket, das ihr runterladen müsst, ist bei weitem nicht so groß. Alle, die hier zuschauen, wissen, dass wir ja nur noch Apple-Rechner haben. Also auch hier eine wichtige Besonderheit. Der Stick muss im FAT32-System formatiert sein, sonst könnt ihr das Update nicht in die Zoe übertragen. Renault gibt an, dass das Ganze ca. 20 Minuten nachher im Auto dauern soll. Bei Marisa war das deutlich kürzer. Ich denke, das lag im Bereich zwischen 5 und 10 Minuten. Was gibt es Neues von der Tesla-Front? Und noch nicht wirklich vieles. Also eigentlich weiß ich nicht sehr viel mehr als noch vergangene Woche. Ich habe auch noch keine Fahrgestellnummer oder Ähnliches. Ein bisschen frustrierender gestaltet sich tatsächlich der E-Golf-Verkauf. Ich habe den E-Golf jetzt inseriert. Ich mache euch unten nochmal die Links jetzt zu zwei Portalen, mobile.de und autoscout24. Das ist keine bezahlte Werbung. Ich bekomme da überhaupt nichts für. Also das mache ich euch unten in die Videobeschreibung nochmal rein, wo ihr die Anzeige findet. Ich habe den E-Golf auch schon dem ursprünglichen Autohaus angeboten. Die sind offensichtlich so ein bisschen beleidigt, dass ich mein Auto schon wieder verkaufen will und nicht auf den VW-ID gewartet habe. Man hat wohl offensichtlich fest mit mir als Käufer, also als ersten Käufer für den ID gerechnet. Also von der Seite habe ich bisher noch überhaupt kein Angebot für den E-Golf bekommen. Ich muss sagen, ich verstehe es nicht ganz. Natürlich ist Gebrauchtwagenverkauf momentan nicht sehr attraktiv. Auf der anderen Seite hat dieser E-Golf ja noch Neuwagengarantie. Man kann dem Käufer sogar noch diese Mobilitätsgarantie mitverkaufen, dass er also sprich noch ein Jahr lang für 30 Tage sich ein Verbrennungsfahrzeug kostenlos mieten kann, wenn er zum Beispiel eine weitere Urlaubsfahrt unternimmt oder eben ein größeres Auto für einen Umzug oder irgendwie sowas braucht. Also das wäre alles in diesem Paket drin. Darum finde ich sehr schade, dass da bisher das Autohaus überhaupt nicht reagiert hat. Aber ich bin recht hoffnungsvoll, Interesse im Internet gibt es schon, dass ich den E-Golf verkauft bekomme. Also wenn jemand von euch doch Interesse hat, bitte schreibt mich an. Ich mache nochmal eine E-Mail-Adresse unten rein. Oder macht es, wenn ihr den sichereren Weg oder für euch irgendwie sichereren Weg wählen wollt, macht es doch einfach über diese Verkaufsportale. Wenn ihr da eine Nachricht anklickt, dann kommt das auch bei mir an. Und es läuft aber alles über das Verkaufsportal, was noch eine gewisse rechtliche Absicherung, sage ich jetzt mal, beinhaltet. Ein großes Problem im Moment beim Tesla Model 3 Kauf ist tatsächlich noch das Thema der Versicherung für das Model 3, Die allermeisten Versicherungen haben tatsächlich noch keinen Tarif für das Model 3 und tun sich da auch wirklich schwer, das richtig einzustufen. Tesla selbst bietet auf der Seite einen Link zu einer Versicherungsgesellschaft, die einem, wie ich finde, eigentlich ganz passable Angebote machen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit und werde einfach mal abwarten, was meine Autoversicherung mir für ein Angebot machen kann. Die haben mir geschrieben, dass sie das für Ende Februar planen, dann da den Tarif bereit zu haben. Und ansonsten gibt es ja noch die berühmte E-Mover-Versicherung, die sich offensichtlich da auch mit Tesla intensiv beschäftigt. Das ist aber auch so eine Art Maklergeschichte. Da finde ich persönlich den Preis sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite muss man wirklich unterscheiden, das, was Tesla momentan anbietet, ist quasi die klassische Versicherung, wo man angibt, welche Schadensklasse man ist und Vollkasko-Teilkasko-Unterscheidung, ob man einen Carport hat und so weiter. Bei dieser E-Mover-Geschichte, da ist es dann tatsächlich, da zahlt ihr diesen Beitrag und habt quasi den Rundum-Sorglos-Versicherungsschutz. Da sind auch andere Fahrer mit versichert und so weiter und so fort. Also da wird dann tatsächlich nicht mehr unterschieden. Dafür ist die Versicherung dann aber auch ein bisschen teurer. Also im Moment läuft es tatsächlich so, dass sehr viele Model 3-Besitzer seit vorgestern wird das Fahrzeug ja tatsächlich auch an deutsche Kunden ausgeliefert. Und es gibt erste Berichte, die meisten von denen haben es eben über E-Mover oder die Versicherung von Tesla gemacht, die dort angeboten wird. Andere Variante ist tatsächlich, einige Leute bekommen diese Versicherungsnummer quasi so, ich sage mal pro forma von ihrer Versicherung. Die Versicherung schätzt das so über den Daumen ein und macht dann, wenn das Model 3 wirklich eingetaktet ist in die Tarife, dann erst einen endgültigen Vertrag. Und aus dem könnte man dann offensichtlich auch nochmal aussteigen. Also ihr seht, da ist einiges mit Gange. Und es ist wieder mal ganz gut, wenn das Model 3, auf das ich warte, noch ein paar Tage irgendwo produziert wird und dann auf ein Schiffchen fährt und hierher geschippert wird. Das wird wahrscheinlich schon noch so vier bis fünf Wochen dauern. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Es gibt nicht viel und meine Stimme würde wahrscheinlich ein langes Video heute auch gar nicht durchhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Interesse am E-Golf habt, bitte schaut in die Anzeige rein, schreibt mich an. Ich denke, ich persönlich denke, es ist tatsächlich ein gutes Angebot. Ich habe viel Feedback aus der Community bekommen, die auch gesagt haben, also meine Preisvorstellungen sind da absolut nicht überzogen und absolut fair. Also schaut euch die Angebote an, gebt uns einen Daumen nach oben, drückt den Abo-Knopf. Bis zum nächsten, hoffentlich etwas gesünderen Video.